Hey YouTube, gerade hat erst der Sound nicht geklappt, darum machen wir nochmal ein neues Intro. Wir machen Mars Tactics, das ist eine Demo vom Next Fest. Und wir müssen unsere Kollegen aus diesem Zug befreien. Wir sind auf dem Mars und die Arbeiter kämpfen gegen die Kapitalisten. Und in dieser Demo-Mission sind wir die Arbeiter. Und wir machen mal Overwatch nach hier. Vielleicht läuft hier einer rein. Und, uh, Leute laufen immerhin weg vor Granaten. Ziemlich tödlich hier. So, hier hinten hat sich einer versteckt. Ich habe aber keine Granaten mehr. Du bist in voller Deckung. Machen wir doch mal einen... Overwatch. Du bewegst dich nach hier. Ziel ist es, den da zu flankieren. Oh, ich muss real... Der hat nur zwei Schuss. Okay. Dann machen wir was anderes. Und setzen hier eine Rauchgranate hin. Das war keine Rauchgranate, sondern eine Flashbang. Top. Hat also nichts gemacht. Du hast auch nichts mehr zum Werfen. Aber wir können dich... hierhin bewegen. Und geben dir auch... Was ist das? Autofire? Nein. Overwatch. Und machen ein... Overwatch. Hast du noch was zu werfen? So. Du machst mich hier in der Rauchgranate hin. Damit man hier drüben geschützt ist. Und jetzt kannst du dich noch ein bisschen bewegen. Die haben wir noch nach vorne. Der ist mir zu nah an dem dran. Was kannst du denn noch... Was hast du hier? Frack Grenade. Vielleicht kriegen wir dich da... weg. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nicht gut. Ich glaube, der ist... Cancel. Und wir wägen dich weg. Und du machst einen Reload. Kriegst du dich zum Overwatchen? Von irgendwann hier? Ja. Damit habe ich alle gemacht. Destructible. Destructible. Gehen wir hier hin. Overwatch. Hier. Dich würde ich gerne weiter vorziehen. Aber wir müssen immer noch den hier hinten sitzen. Aber der dürfte dich nicht sehen können. Springen wir mal ins Loch. Das Gelände ist kaputtbar. Was natürlich ganz andere taktische Möglichkeiten bietet. Dein Lauf war gut heute. New Scientist. Und wir müssen jetzt... Und wir müssen jetzt... Mmh, 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 mmh. Der ist da. Hier hin. Du gehst hier hin in die Deckung. Warte, warte, warte. Das glaube ich. Alle Bewegungen gemacht. Unter einer Stunde. Wie viele Kilometer seid ihr denn gelaufen? Okay, der saß. Zehn Kilometer. Nicht schlecht. Den rechten habe ich hier ausgeschaltet. Links ist noch einer. Aber wir müssen voran, bevor die Verstärkungen eintreffen. Zehn Kilometer in einer Stunde. Das heißt... Das heißt... Zehn Kilometer in einer Stunde gelaufen. Wo seid ihr lang gelaufen? Über die... War nicht der Brückenlauf, ne? Oh, das könnte gut sein. Das sieht auch gut aus. Neh, werde ich mal ins Kreuzfeuer. Von allen Seiten. Du kommst nicht bis da hin. Also Overwatch. Mach mal nach hier, falls irgendwer da hinten auftaucht. Du kommst auch nicht bis an den Zug ran. Overwatch nach da. Alle gemacht. Ah, das war doch der Brückenlauf. Ja, wir werden nur von diesem einem Typen da hinten aufgehalten. Ich habe keine Granaten mehr, um ihn zu bewerfen. Oh, du bist relativ exposed. Pickup-Items. Was haben wir denn hier? Äh, ne. Das will ich gar nicht. Overwatch. Hier, ich möchte hier... Diesen Durchgang. Besser als nix. Ich mache mal Overwatch ab. Du schaffst es zu der Tür hin. Und du machst den Overwatch nach hier. Und du den Overwatch nach da. In turn. Oh, oh. Läuft in die andere Richtung. Komm halt um die Ecke. Komm schon. Lass dich doch einfach erschießen, Kapitalist. Du. Äh. Boah, it's good to see you guys. Freut sich, uns zu sehen. Grab some gear and let's get out of here. Sehr gut. Dann, den haben wir hier noch. Gabriel ist gelaufen. Sam. Hol dir das Zeugs. Du kannst nix mehr machen. Isabel, was hat die hier für ein Skill? Hunter, increase damage bei 5% for every time move to turn. Umso weiter sie läuft, umso mehr Schaden macht sie. Okay. Nicht schlecht. Da ist sein, kommt sie nicht. Geht sie nach hier. Yu, Yu, Shin. Ich habe doch noch irgendwen hier hinten erschossen. Du kannst das Zeugs haben. Sehr gut. Du wickst nach hier. Und wir machen mal noch ein Overwatch. Und du bewegst dich zurück, bitte. Du kommst aber nicht da hoch. Also machst du dann Overwatch den Zug lang. Wir bewegen uns langsam, aber sicher. Richtung zurück. Ich habe mich bewegt. Ja, da oben sind sie, die Reinforcements. Komm, komm, lauf dir mein Overwatch rein. Uh. Du musst dich in Deckung begeben. Du musst dich in Deckung begeben. Du kannst dich nicht dahin bewegen. Du bewegst dich da ein. Du. Heb auf. Die ganzen Sachen. Aufheben verbraucht keine Aktion. Interessant. Bewegen uns in Deckung. Und Waffe laden. Das ist ein Request 2 zugelot. Ach, da ist auch noch ein Schuss raus. Dann machen wir hier einen Suppress. Ähm. Da sieht gut aus. Das ist mir zu lang. Du bewegst dich nach hier. Hebst auf. All diese schönen Sachen. Und Overwatch auch hier hin. Und du gehst flitzen. Ja, nach hier dann. Man kann auch die Kapitalisten-Seite spielen. Hast du einen klaren Schuss darauf? Ne. Woher wegen wir dich hin? Hier ist okay. Ja. Dich müssen wir wegbewegen. Komm, du läufst einfach mal. Eine ordentliche Strecke. Ja, es ist auf dem Mars und die Arbeiter machen einen Aufstand. Und ich muss dringend den hier hinten im Auge behalten. Nicht, dass der was macht. Okay. Jetzt hoffe ich, dass ihr alle meine Leute so gut in Deckung gemacht habt, wie es geht. Weil wir in allen XCOM-Style spielen, ist Deckung das eine der wichtigsten Sachen, die man verwenden muss. Und die Granate geht. Ach, es ist nun auch eine Rauchgranate. Na gut. Die trifft nichts, weil du nicht weißt, dass da keiner mehr war. Kein Treffer. Ein Prozent. Na gut. Ich muss ja eigentlich nur noch fliehen. Jetzt ziehen wir meine Leute mal ab. Zwei Prozent. Nein, danke. Du hast ja gar keine Reichweite, irgendwo hinzulaufen. Das denn? Okay. Weg dich weg. Oh Gott. Oh Gott. Ah, du schaffst es bis hierhin. Dann nehmen wir Yanchin und bewegen dich immerhin mal da raus. Du kommst nach hinten in Vorderdeckung. Sammy... Du siehst auch niemanden. Siehst du, uh, du kommst ganz schön weit. Ich glaube, so weit können die nämlich keine Granaten werfen. Und dich bewegen wir auch hier weg. Und dich bewegen wir auch hier weg. Wie weit kommst du? Du bist immerhin da. Äh, stehst du jetzt etwa da auf der Mauer? Na gut. Das war nett, dich kennengelernt zu haben. Und du hast keine Waffen, nix. Durchlaufen wir einfach mal raus. Enemy Turn. Waren die alle auf einem Haufen? Trauen sich nicht auf die andere Seite vom Zug? Ja, ab und nach da. Isabel Lopez. Escape Battle. Du kannst jetzt nach hier laufen. Du nach da. Brauche ich etwa vier Aktionen, um zu entkommen. Das wäre bitter. Im offenen Gelände. Gucken wir einfach mal, ob die anderen sich trauen, so fix voranzugehen. Na ja, können erst mal wieder vorne Granaten werfen, so viel sie wollen. Und wir gucken mal, dass wir hier wegkommen. Ich glaube nicht, dass wir dich retten können, Götchen. Ich brauche tatsächlich vier Eiei, kann also nicht einfach Einer ist weg. Okay. Wir werden einen entkommen lassen. Ja, aber ich glaube, die sind alle so weit weg. Nur um dich mache ich mir Sorgen. Ich glaube, du wirst sterben. Weil du einfach zu langsam bist. Ja. Bisschen bitter. Ich hätte auch bleiben können, versuchen, die zu bekämpfen. Allerdings sehen die aus, als hätten die ganz schön gute Waffen. So, kann ich auch was tun, damit du dich hinknien kannst oder sowas? Du musst einfach hoffen, du bleibst jetzt ganz alleine. Habe ich sonst noch jemand auf dem Battlefield? Nur noch Yujin. Ah, in den Rücken geschossen. Ach, deine Kanzler. Including drei von vier der Gefangenen. Next mission. Jetzt muss ich ein Shuttle klauen. Bad report, die Adobe First Cargit Shuttle. In Bomberjets. Breaking space fly off as a shuttle. Do not damage the shuttle. Okay. Okay. Nur einer muss rein und es schaffen. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute. Und das gibt ein paar Löcher im Zaun. Hm, hm, hm. Äh, ja. Die erste Runde wird sehr mutig, im offenen Gelände hier durchzugehen. Hm, 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 hm. Und die die Soldaten sterben wirklich mit einem Schuss, was ich sehr heftig finde. Also in den auch in XCOM kannst du relativ zügig sterben oder in den ganzen UFO-like Spielen. Da hinten ist der erste gegnerische Soldat. Aber es spiegelt halt auch sehr wieder Realität und eines blutigen Konfliktes. Ja, und dann Sound und ähnlich müssen sie noch arbeiten. Da sind die Wachen. So, und da gucken wir mal. Ich mach mal nach da. Was hast du für eine Granate? Frag Grenade. Frag Grenade. Ich hab irgendwen erwischt. Ach, ihr habt schon die halbe für den nächsten Zug verbraucht. Was hast du für eine Granate? Smoke Grenade. Meh. Santagio. Flashbang. Meh. Weg dich mal nach da. Du kommst hier rüber. Und gibst mir ein Suppressive. Ja, meine Stimme ist auch wunderbar ausreichend und hübsch, hab ich gehört. Vielleicht hab ich so eine Chance, dich zu treffen. Nö, zwei Prozent. Wir nehmen dich einfach. Schauen, ob wir dich ins Kreuzfall nehmen können. Zack. Bisschen vor. Enemy Turn. Okay, ich bin suppressed. Irgendwas ist explodiert. Nicht gesehen, was geworfen worden ist. Aber du kannst. Bisschen der Rauchkanade hat am Kopf getroffen worden. Du hast keine Granate mehr. Hast du noch eine Granate? Was hast du? Smoke Grenade. Ne. Aber hast du 18 Prozent Wahrscheinlichkeit zu treffen. 16 Prozent. Und der ist jetzt 100 Prozent suppressed. Nice. Jetzt haben wir hier Heichgranate. Ne. Da wollen wir vielleicht noch ein Ticken näher ran. Hallo? Da. Will nicht mehr? Na gut. Hallo? Ah. Jetzt aber. Und du kannst nicht da drüber werfen, weil du unfähig bist, nach oben zu werfen. Na gut. Also machen wir ein Overwatch. Ich kann das Shuttle nicht beschädigen. Also machen wir ein Hast du echt? Gegen den Wagen geschossen. Kleinere Bugs. Komm her. Nehmen wir jetzt den anderen. Warum ziehst du auf deinen Kollegen? Magst du den nicht mehr? Nehmen wir dich mal aus diesem Ding raus. So. Das geht nicht. Overwatch. Du. Fragrenate. Du hast keine Reichweite. Bitte nach da. Dann kannst du nämlich vorrücken. Und eine Flashbang, die ihnen aber nichts machen wird. Also Overwatch. Dass dir nichts bringt. Okay. Aber ich kann Overwatch in die Richtung machen. Okay. Und dann haben wir noch dich. Du stehst im Rauch. Zieh dich mal ein Stück zurück. Und lass dich hier runter overwatchen. Okay. Du siehst nichts. Du Blindschleiche. Aber die sehen dich auch nicht. Hau da hinten jetzt eine Granate rein. Hier schießt scheiße. Hier schießt scheiße. So. Du. Hier hin. Smoke grenade. Smoke grenade. Smoke grenade. Okay. Die Bouncigkeit habe ich nicht mehr einberechnet. Hier hin. Immerhin 3%. Und schießt deinem Freund in den Rücken. Mega. Cannot enter Overwatch. My location is being overwatched. Nicht rechts klicken. Schieß auf den. Kannst mal aufhören. Ich wurde beschossen. Initiative. Keep. Reload. Du hast das zufrieden. Ich will nicht wissen, wie viele Action-Points haben. Ich will wissen, was das ist. Hallo. Smoke grenade. Das hjert mich nicht. Schieß auf. Gehen da. Alle unfähig. Aber was soll man von Arbeitern auch erwarten? Die kann ich nicht schießen. Overwatch. Nach da. Okay. Gib mir Overwatch. Das ist okay. Frag grenade. Ich darf nicht das Shuttle beschädigen. Aber ich sage niemand, dass ich nicht hier die Deckung beschädigen kann. Shuttle noch heile. Shuttle noch heile. Ich glaube, hier hinten stand einer. Aber wir können auch auf dich schießen. Einfach auf halber Strecke abgebogen. Hört auf das Shuttle als Deckung zu benutzen. Ich hätte gerne das Shuttle. 74. Das ist doch mal eine ordentliche Zahl. Vielen Dank. Du kannst auf irgendjemanden schießen. 29. 29. Und nachladen. Du kannst auf den hier schießen. 3. Ja, besser als nix. Plus 4% Suspression. Nachladen. Du wirst overwatched. Von wem wirst du overwatched? Dann lad nach. Du wirst wahrscheinlich von der gleichen Person overwatched. Kannst auch auf niemanden schießen. dass sie down gegen die Deckung schießen. Ne. Granate bitte. Rechts klicken. Jetzt ist es noch witzig, wenn die Explosion tatsächlich den Rauch verschieben würde. San Diego Diaz. Du siehst niemanden mehr. Du hast eine Flashbang. Nehmen wir erst mal hier wen anders. Was hat der hier? Repeater. Feigen unser exact same location. Improves secure spread sin for each. Weg dich ein Stück nach vorne. Damit du endlich mal schießen kannst. Ne, das wird zu nahem Shuttle. Gebt mir hier ein Suspension. Santiago Diaz. Gebt mir ein Suspension. Ihr seid einfach unfähig. So. Und damit haben wir alle. Oh. Uh. Uh. Ich werde geflankt. Du hingst auch weg. Die sind sehr gefährlich. Du musst aber nachladen. Und dann gib... Oh. Hast du eine Ziellösung? Oh. 64%. Und er hat ein Loch in den Zaun gemacht. Sehr gut. Da ist einer. Da oben ist aber auch einer. Und da. Okay. Haben wir hier ein Overwatch. Overwatch. Overwatch nach da. Und du gehst bitte wieder nach vorne. Wir müssen ein bisschen mehr Druck machen. Dann muss erst mal nachladen. Und dann machst du mir ein Overwatch. Du gehst nach vorne. Du gehst nach da. Und dann... 4%. Das kann man ein bisschen schwer sehen. Aber 14%. Aber 14%. Oh oh. Eine meiner Leute ist tot. Wesentlich mal vom Shuttle vertrieben. Und dann... Und dann... Liegt hier nur eine Granate oben. Was ist das hier? Ah. Eine Rüstung. Overwatch, den da. Du gehst mal nach da, der hingst in Sicherheit. Du hast auch nur eine halbe. Hast du irgendwie einen sehen? Ne, nach vorne. Du hast noch eine Smoggranate. Du kannst aber nicht in Overwatch, weil du selber Overwatch fährst. Du kannst nach vorne. Und einen weg. Santiago Diaz. Zur Zeit sind die Zahlen noch in meinem Favor. Du kannst irgendwen sehen. Den da hinten. Hör auf, das Shuttle zu beschädigen. Ich sagte, nicht das Shuttle beschädigen. Ach ja, ich kann mich hier überdrehen. Okay. Okay, was passiert? Hier noch ein bisschen rauschen und 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 Ja, Programme schließen. Das war es mit Mass Tactics. Dann probieren wir jetzt eine andere Demo aus. Bis im nächsten Video. Age of Sigma.